NEXT TIME Mit dabei ist der Himmelfisch Hallöchen Und die Liebesbauner Hallo Und dieses Mal machen wir auch mal ein komplett anderes Setup, denn Himmelfisch wird heute mal der Killer sein Und Becci und ich werden flüchten wollen Du willst also nur flüchten? Okay, dann flüchte ich alleine, weil ich entkomme nämlich sicher, ja? Im Gegensatz zu dir, du fliegst ja eh wieder Ja, hallo, ich entkomme auf meine eigene Art und Weise Ja, schön Du tust Achso, und bei mir heute auch ohne Cam, weil es immer dunkel und ich habe keine Lust darüber hochzuziehen Und ich habe vergessen Läufe anzumachen Oh, ich habe die jetzt angelassen Ja, ich mache die Cam am nächsten Mal wieder an Ja, bei dir, weißt du, bei dir ist das auch in Ordnung, dass die Cam an ist Ja, ich habe auch so eine kleine Aber bei dieser Gesichtsvisage Killer Sieht aus wie ein Killer, ja, da muss die Cam nicht an sein Ey Oh Und sowas muss ich mir jedes Mal bieten lassen, ey Ich da mal gar nicht Ach, weißt du was Oh Falsche Ecke Ups Das ist schon richtig Uhu, Leute Auch nö Meine Cam ist doch noch an Hey Oh Gott, du willst wieder deine Zuschauer vergraulen, ja Wieso vergraulen? Ja Ja, weil wenn sie deine Visage sehen, dann rennen sie weg, weil, ja Die Cam ist doch immer an bei DVD Also vergraust du sie immer, wenn du DVD spielst? Ja Oder willst du nur für das gute Feeling sorgen? Ja Für das gute Feeling Bei dir Sag ich nicht Hinten längs Happy Hehehehe Verdammt, da bin ich auch Hehehehe Ist die Frage Ist die Frage, welches hinten links? Dein hinten links oder mein hinten links? Das kann ja sehr Das kann ja sehr Ich hätte was rumlaufen sehen. Ich weiß nicht, ob das der Killer war. Das war sehr mysteriös. Ein Mysterium. Mysteriumkiller. Mysteriumkiller? Mhm. Komm schon, Jenny. Mach ihn her. Das ist Julian, der immer kommt. Klingt falsch. Nee, das heißt ja dann, das war Julian. Ich spazier mal hier durch die Gegend. Ich auch. Ey, au, geh da weg, Lenny, nein. Fui, aus. Ich sage mich, warum ich keine Purps drin habe. Ich habe auch keine gerade drin. Ach so, das hast du ja eingestellt, oder? Ich habe nur extra. Ja, dann muss man, ja, dann muss man, ja, dann, man muss hier ja dann einzeln nochmal rein tun, weil, äh, nein. Nein. Nein, da muss man nicht. Ich, ich habe keinen drin. Wo bist du? Ich bin in der Nähe des Schulbusses. Sag das doch nicht, Lenny, hier ist doch brav, Mann. Der kommt doch gerade um die Ecke. Hehe, hehehe, hehehe. Da. Ueli, du hast drei Generatoren gemacht? Nein. Wie viele Generatoren haben wir zu zweit? Ja, nur drei. Wenn du dir jetzt nicht die anderen, äh, wenn du nicht einen fertig gemacht hast. Na, ich schau mal, das sind zwei fertig, äh, zwei noch zu machen. Und an den zwei anderen war ich schon dran. Warst du an den schon dran? Ja. Das ist genau, oh, die untersucht. Ja. Hast du hier richtig herrangen genommen? Oh, ja. So richtig erotisch angefasst. Hm. Oh, da kam ein Ball geflogen. Und wo, wo? Ich weiß nicht. Ich hab da nur mal fliegen sehen. Ich, äh, weiß nicht, aus welche Richtung der kam. Ja. Es ist schön, dich dudeln zu hören. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Lenny hat den Dudelsack, Dudelsack. Wui! Oh, da kam was geflogen. Opsala. Ups, und da hat sich gerade DVD verabschiedet. Warte, da ist es wieder. Ja, ich hab gerade Desktop-Build. Oh. Und ich kann mich gerade nicht nach vorne bewegen. Danke. Ach, schön. Das ist schön. Okay, lass uns mal schöne Generatoren werden. Ist das nur noch einer? Wo ist er denn? Ich seh ihn. Ich weiß, wo er ist, aber ich finde ihn nicht. Also, ich weiß schon. Ich weiß. Aber, ja. Muss er erst wieder hinfinden. Soll ich dir ein Zeichen? Du hast keine Perks drin, Junge. Soll ich dir ein Zeichen geben, Dekki? Ich habe keine Perks. Aber wieso hast du da nen Flug drin? Ich hab nur Flug mehr. Ja, also hast du nen Perk. Einen. Ja, du hast gesagt, du hast keine. Ja, aber einen. Kack, kack. Das war sehr erotisch. Äh, was? Ein erotisches Bein? Nein, ich habe mich an der Wand entlang geschubbelt. Und was machst du so? Bist du an nem Generators-Fan? Nö, ich geh noch ein bisschen spazieren. Und du und ein paar Kisten. Ja, ich, ich höre gerade nen Gesumme. Ich höre gerade nen Gesumme. Ich höre gerade nen Gesumme. Oh! Mir kam gerade nen Beil entgegen. Ein Ball? Oder ein Beil? Ein Beil. Wenn ein Ball kommt, musst du ihn fangen, weißt du? Ne, diesen Ball sollte man lieber nicht fangen. Ich glaube, das wäre nicht ganz gesund. Nanananananana. Nanananananana. Schuppern wir uns mal an der Wand lang, um eine Ausgangstor zu finden. Ich schuppern mich auch noch irgendwann an der Wand an. Ey. Danke. Ich weiß nicht, so ein Killer hat mich verloren. Danke. Mich hat einer gefunden. Oh. Das muss wohl derselbe sein. Was denn? Wo wirfst du denn hin? Aua. Haha. Junge. Macht doch sowas nie. Ist offen? Joa, ist offen. Alles offen. Nein, theoretisch. Nein, theoretisch gesehen ist es offen offen. Aber was hat Theo damit zu tun? Ich weiß nicht. Der weigelt wahrscheinlich ein bisschen rum. Kennt wahrscheinlich eh keiner. Egal, ich weiß nicht. Alt. Was? Junge, wo bist du? In der Nähe eines Ausgangs. Dann geh raus. Na gut. Ich gehe. Tschüss. Hast du was... So ein Bodenloch gefunden oder was? Nee, 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 nee. Ich möchte nicht im Boden versinken. Okay. Mir ist gerade nichts feindig. Ich hab so das Gefühl, dass meine Cam ein bisschen leckt. Wo leckt sie denn dran? Sie leckt ein Bild. Ah, schade. Schade, schade. Mal gucken. Schade Schokolade. Hm, lecker Schokolade. Ja, und damit würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt von der Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das heißt, dates by daylight. Tschüssi. Tschüssi.